Ich brauche ein Auto, ich brauche Geld, ich brauche Schlaf. Was ich habe, sind eine Mütze, noch 5 Tage Sommerferien und die Bohrmaschine von Ada. Ada machte zu schatten. Sie ist die neue in der Bibliothek. Diese stellt sie mir nach. Und da ist auch noch Jackie. Sie hat mir nach allen Regeln der Kunst den Kopf verdreht. Letzte Woche erst, im Schlumberg. Jetzt ist sie weg. Die nächsten Tage im Festival an der Grenze. Nein, dann Po-Wow. Hätte ich als Veranstaltung auch immer das sein. Und ich bin nicht da hin. Die Maße ist ebenfalls weg. Und ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier in der Bibliothek. 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 Und was war's denn? Sie wissen es ja. Zöllner hat seine Frau umgebotten. Er wirkt im Streit. Zöllner? Es ist bloß 2 Kategorien von Erwachsenen. Erwachsen sind Mörder oder Leichen. So einfach. Dann erzähle ich Ihnen nochmal, was Zöllner gesagt hat bevor er abgehauen ist. Die blöde Kuh hat einfach nicht verstehen wollen, wie sehr ich sie geliebt habe. Das waren seine Wurden. Woher ich das so genau weiß? Mauser war nicht im Mord für Zölln. Allein. Mauser. Zöllners Sohn.